Schützen Sie Ihre mentale Selbstbestimmung. Fühlen Sie sich fremdbestimmt? Haben Sie den Eindruck, dass man ständig versucht, sich zu manipulieren, in bestimmte Rollen zu drängen und Sie gefügig zu machen? Ihr Gefühl drückt Sie nicht. Tatsächlich versucht gewissermaßen die ganze Welt, ständig auf Sie einzuwirken. Alle wollen etwas von Ihnen. Alle meinen es angeblich nur gut. In Wahrheit sollen Sie auf diese Weise Ihre Selbstbestimmung verlieren und ein perfektes Rädchen im Ausbeutungssystem werden. Entziehen Sie sich diesem Klammergriff. Schützen Sie Ihre geistige Freiheit und holen Sie sie wieder zurück. Dieser Ratgeber zeigt Ihnen, wie Sie eine Persönlichkeit entwickeln, die gegen in diese ständigen Mentalattacken immun ist. Werden Sie Herrin oder Herr über Ihr eigenes Leben. Kommen Sie jeder Form von Manipulationsversuchen zuvor und erreichen Sie souverän den höchsten Grad geistiger Selbstständigkeit. Und ganz nebenbei machen Sie jeden Ihrer Lebensträume wahr. Lassen Sie sich helfen. Von meinem Ratgeber nutze Deine geistigen Waffen. Errichten Sie einen unüberwindlichen Schutzwall um Ihre geistige Freiheit. ... ... ... ...